Yo, was geht ab YouTube Blackjack? Wieder mit einem neuen Micro Video am Start. Eins mal vorweg, meine lieben Kollegen und Freunde, tut mir mal einen Gefallen, ich blende hier jetzt mal den Link ein für meinen TikTok. Lasst dort bitte mal alle ein Abo da, damit wir auf TikTok auch ein bisschen durchstarten können, Freunde. Das ist wichtig, weil live gehen kann man erst ab 1000 Follower. Deswegen wäre es sehr, sehr nett, wenn ihr da mal ein Follow da rein. Deshalb wäre es sehr nett, wenn ihr da auf jeden Fall mal ein Follow da lässt. So, Freunde, was werden wir heute machen? Wir werden heute auf jeden Fall mal rüber gehen zu Denerji. Wir werden mal gucken, der ist sogar online, wie es dem Hundi so geht. Und ich glaube, wenn ihm Aiti mit da ist, dann ist er schon. Aiti! Blackjack, Junge, was machst du denn hier? Äh, wie, was mache ich hier? Ja, was machst du hier? Ja, okay. Aiti, ich wohne hier. Ach so. Also pass mal, ey, ich habe übrigens, ich habe mit MbK ein kleines Geschäft gemacht. Ich habe ihm ein bisschen Wolle gegeben. Ähm, das heißt, ich werde dann bei ihm drüben einen Stand bekommen. Plus, ich habe hier eine unheilvolle Flasche bekommen. Oha, so eine habe ich auch schon. Sehr gut, weißt du, für was die ist? Nee, ich habe keinen Plan, wofür essen die ist? Für Raids. Das heißt, wir können uns da dann Totems holen. Ey, sehr cool, wusste ich gar nicht. Ja. Aber komm, Aiti, wir gehen mal kurz rüber zu Denerji. Ja, wir können mal rüber ausleiten. Gucken, wie es unserem Hundi so geht. Ey, den gibt es bestimmt gut im kleinen Schnuffel, oder? Ja, stimmt. Schnuffel war das doch, ne? Ja. Hey, was ist denn da los? Schnuffel ist frech, bleibt selbst. Schnuffel. Warte, ich komme. Schnuffel, frech. Warte. Lass mich. Schnuffel, auf. Komm her, ich habe mein Stöckchen dabei. Na gut, gib Schnuffel, aus. Gib Schnuffel, los, gib Schnuffel. Komm her. Ihr Kleine. Aus. Aber ich habe noch ein paar Hunger. Ich glaube, ich habe noch ein paar Knochen. Hör auf damit jetzt. Oh, und dann gib mir ein paar Knochen für Schnuffel, die gefallen sich da. Ja, unten auf damit. Ihr seid so gemein, Alter. Ihr werdet so viel, ihr werdet alles sterben, Alter. Ihr werdet schon sehen. Du bist so süßig, egal was du sagst, ich verstehe die ganze Zeit. Wuff, 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 wuff. Schnuffel, wuff, wuff, wuff. Ich glaube, Schnuffel fühlt sich einsam, als die wird so zu Schnuffel ins Gefeindnis gehen. Der hat mich geschlagen. Ja, Schnuffel ist manchmal ein gemeiner, der brimt meinsmal. Au. Hat er gebissen? Der beißt, ja. Letzig, du musst ganz süß sein sein. Den bist du auch süß. Au. Warte mal, ich mache das anders da. Ey, 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 ey. Au. Hallo. Was? Jetzt reicht's. Oh, Schnuffel ist dreckig. Ich habe hier nicht. Letzig, jetzt warte ich. Ich warte ich. Ich passe heute auf Schnuffel auf, Letzig. Jetzt warte ich. Jungs, sag mich doch jetzt mal in Ruhe endlich, Alter. Mir ist kalt hier drin. Ich passe auf Schnuffel auf. Hat der, der hat gerade gesagt, ihm ist kalt. Warte mal hier, ich höre dir. Die Schnuffel ist nicht kalt. Doch, hat er gesagt. Oh, der hat mich. Alter, die Schnuffel hat das alles verdient. Ich werde auf ihn aufpassen heute. Ente, wehe, du lässt ihn entkommen. Du weißt, dass der essentiell wichtig ist, damit wir hier Mr. Berger wieder frei bekommen. Ich weiß, dass er wichtig ist. Ich passe auf Schnuffel schon auf. Macht euch keine Sorgen, Freunde. Ich passe auf Schnuffel auf. Oh, Ente, ich sag's dir, wenn du das verbockst, ist Max so sauer auf dich. Ich weiß, ich weiß, ich werde es nicht verbocken, Bros. Das ist nur Schnuffel. Er ist nicht dieses Hündchen. Ja, aber der ist ein bisschen bissig. Pass gut auf den kleinen auf. Ja, ja, ja. Ich werde ihn schon hier richtig ordentlich mit meinem Schnückchen holen, bis er brav ist. Sehr gut. Bring ihn mal mal nebenbei. Schnuffel, leg das Schwert weg. Tschüssi. So, Schnuffel. Eiti. Jetzt ist der Hund schlägt. Der ist so süß. Nee, der ist alles andere als süß. Der stinkt. Ey. Sei mal nicht so zu dem Hund. Ja, jetzt pass mal auf, Eiti. Komm mal mit, ich zeig dir mal was. Beifuß. Ja, wie Beifuß? Ich bin kein Puck, Junge. So. Ich hab schon mitgekriegt, da hinten wird ordentlich gebaut. Nein, bleib mal drinnen sitzen. Ach so, okay. So, pass auf. Wenn wir hier sind und scheppern in diese Richtung. Zeige ich dir jetzt, was ich hier als nächstes bauen möchte. Äh, wie, was du bauen möchtest? Ja. Ich hab noch irgendeine Insel schon gefunden. So eine Pilzinsel. So, hier. Kennst du die? Nee, ich mein da. Ja? Hier werde ich... Äh... Hier werde ich, äh, unsere Monster-Farm errichten. Oha. Was? Wo hast du den ganzen Coppelstone her? Aus deiner Kiste. Hey, Junge. Ey, den haben wir zusammengeholt. Ja, gut, aber ich würde die Monster-Farm glatt woanders machen, dass nicht jeder ranken. Weißt du? Ja, egal. Wir bauen die hier, baue ich die in die Höhe. Die ist ja irgendwie auf 120 Blöcke Höhe oder so. Brauchen wir irgendeinen Schutz vor den Zeitwächtern, Junge, wenn die da rangehen? Ach, egal. Wie gesagt, das machen wir schon. Und dann haben wir hier auf jeden Fall eine richtig krasse Level-Farm plus Item-Farm. Ja, gut. Okay, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Okay, fahr mal zurück, Blackjack, aber ich muss mit dir noch mal reden, Junge. Was denn? Erzähl mir. Und zwar auf der Insel. Da drüben machen sich jetzt die Zeitwächter immer breiter, so es mitkriegt. Ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Junge, nicht, dass hier irgendwann auf die Idee... Uuh, Erweif. Ey, was hältst du davon, wenn wir Erweif ein bisschen ausspionieren? Oh, können wir es safe machen, Junge. Lass mal in die Gruppe gehen, schnell. Okay, okay. Ey, guter Name von der Gruppe, Blackjack. Blackjack, hast du gut gemacht. Also, eigentlich muss ich ja sagen, eigentlich bin ich ja gut mit denen. Also, zumindest mit Sue bin ich ja echt gut. So, und jetzt lass mal gucken, Erweif muss irgendwo da drüben sein. Lass uns mal... Junge, ich war ja auch gut mit... Was? Guck mal, oh mein Gott, ey. Die Zahn muss sich da richtig... Krass. Lass mal gucken, dass wir uns hier drüben ein bisschen rüber sneaken. Oh, warte mal, ich hab grad gesehen... Warte, ich muss schnell... Ich muss mal schnell in dein Haus. Blackjack, was willst du, mein Haus, Junge? Du hast hier irgendwo ganz viele Dinge, hab ich gesehen. Äh... Was? Hier. Blackjack, was willst du? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Blackjack, das ist... Das ist meiner, Junge. Der hat er doch nicht. Oh, ja. Wen gehört da, wen gehört da? Das ist nicht dein Ernst. Ja, das ist meiner jetzt. Ach, Blackjack. Deiner nicht spot hier immer, Junge. Ja, du hattest aber einen. Nee, der ist auch letztens umgekommen. Ich glaube, er hat da ein bisschen Stress gemacht. Mann, ich will jetzt gucken, ob hier noch einer ist. Und dann, pass auf, wir müssen auf jeden Fall mal Lukas ein bisschen... Oh, nee, Blaze ist hier. Oh, oh. Fliegt hier noch irgendwo ein Birdie rum? Nee, aber die spawnen da hinten immer im Dschungelgebiet. Hier ist komplett Dschungelgebiet. Pass auf, pass auf, pass auf da hinten, Junge. Der sieht dich. Der hat einen. Jeder hat einen. Warte, ich frage nicht, ob ich den haben kann. Hey, Lukas? Jo. Ist es dein Vogel? Nee. Darf ich den haben? Ja. Geil. Hallo, jetzt mach doch mal. Der hat keinen Bock. Hallo. Der hat keinen Bock auf dich, Blackjack. Danke. Blackjack, Junge. Gruppe. Ja, ich bin Gruppe. Okay, also, Lukas ist da. Ich habe jetzt mein Vögelchen. Ich bin glücklich. Vögelchen, komm. You're safe. Aber weißt du was, Blackjack? Ich habe gehört, es gab hier richtig Stress, weil Tümmi sich hier breit gemacht hat auf deren Seite. Ja, das habe ich gehört. Aber da müssen wir uns nochmal unterhalten mit deren Seite und unserer Seite. Also, pass mal auf. Ja, safe. Lass heute mal ein bisschen, ja, Arrive ausspionieren. Ja, klack. Wir machen, Junge. Okay. Weil, ich glaube, Blaze kriegt es nämlich nicht gebacken. Meinst du? Außerdem ist es ganz gut, weil dann können wir uns vor Blaze verstecken. Oder so. Aber lass dich nochmal kurz fragen, ob er wenigstens irgendwelche Infos hat. Nein, ich will ihn gar nichts fragen. Hä? Ja, okay, okay, okay. Der hat keine Infos. Ich habe gestern beobachtet und Lukas hatte sowas von keinen Bock auf ihn. Oh, oh, das klingt nicht gut. Also, dann habe ich es im Video gesehen. Ja, gut. So. Ich muss gucken, was der da macht. Wir müssen uns auf jeden Fall irgendwie verstecken. Ui, hier ist. Weiß gar nicht, was die da schildert. Heimbleck, Schick. Wo bist du? Oh, hier ist ein bunter Papagei. Stark. Willst du ihn haben? Ja, gibst du mir mal Ding ins? Ja, ich habe aber nur noch elf Stück. Den Rest hat die Sau da alles gefressen. Oh, oh. Okay, ich hole ihn mir. Ich grab ihn mir einmal, Blackjack. Komm schon, den kriegst du. Ja. Sehr cool. Jetzt haben wir beide einen. Ja. Aber Blackjack, guck dir das mal an, Junge. Was denn steht denn hier? Ach du, da ist er, da ist er, da ist er. Okay, ich gucke mit F5. Vielleicht sehe ich was. Oh mein Gott, guck mal mit F5-Modus. Die bauen sich da eine richtige Base. Eiti, was sieht dein Essen und deine Schulter? Ja, dann drück mal ein bisschen. Okay, ich gehe rüber. Oh mein Gott, Junge. Guck mal, die... Nicht, dass sie irgendeinen Tunnel zu uns graben oder so, sondern sind wir dran. Oh, er bewegt sich. Er bewegt sich. Schick, Schick, meinst du, die haben noch irgendwelche Items gelagert oder so? Ähm... Ja, safe. Aber ich glaube tatsächlich, Lukas macht gerade hier irgendwie an, Mod. Oh, oh. Mag sein. Wir müssen uns von ihm verstecken. Was macht der da? Ich ahne. Dein Vogel! Oh, oh nein, 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 nein. Aber er weiß nicht, dass es meiner ist. Stimmt. Okay, okay. Aber... Na gut. Man hört halt auch die ganze Zeit, dass Vogelgepiepse. Lass mal wieder... Lass mal wieder zu uns gehen. Was will... Warum, was willst du denn? Nein, ich will ihn doch ausspionieren. Aber meinst du, wir kriegen da irgendwelche Infos jetzt rüber? Ja, abwarten, abwarten. Da kommen bestimmt die ein oder andere interessante Informationen. Ja, mach halt noch Fallschadensound. Junge, der hört das doch nicht. Natürlich hört der das. Nein, er macht da gar nichts gerade. Ja, und dein Vogel guckt direkt rein. Oh, oh. Oh mein Gott, Pletschik, er kommt, er kommt, er kommt. Was denn? Pletschik! Ja? Oh mein Gott, er ist irgendwo hingelaufen. Nicht, dass er uns erwischt, Junge. Der kommt, hier ist er. Hör auf, es da hinzugucken. Der guckt oben drauf. Oh mein Gott, ich glaube, er brotet uns. Ja, ich glaube auch. Jetzt geht er weg, er geht weg. Ja, er geht weg. Safe. Komm mal mit, wir gehen mal hier zu uns. Timmys Haus. Ja, ich glaube, er checkt irgendwie das, wie ihn beobachten und ausspionieren. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hoffe nicht. Ich schätze doch. Lass mal von Timmys sein Haus aus gucken. Ich glaube, das ist ganz cool. Oh, Schmocki, was ist da? Auf jeden Fall einen guten Ausblickpunkt. Oh, er guckt, er guckt, er guckt. Er macht da irgendwas? Ja. Aber was macht der Wolf da, Junge? Die planten irgendeinen Hinterhalt. Und vor allen Dingen, weißt du ja auch... Er guckt in die Kisten rein? Die haben den Hund von Max einfach entführt. Ey, vielleicht können wir herausfinden, wo der Hund von Max ist. Safe. Ich würde glatt vermuten, da in der untöhnischen Base, die du gesehen hast. Hast du die gesehen? Ja, meinst du? Safe. Patrick, meinst du, wir können irgendein Tunnel da hingraben oder so? Ich würde einfach warten, bis der weggeht. Und dann gehen wir da einfach straight rein. Ja, das könnte klappen. Oder, warte mal, habe ich ein bisschen Glas dabei? Dann können wir das Fenster. Hast du Glas nicht? Nee, leider nicht. Wir haben aber auch nur noch Glas Scheiben. Ach nee. Okay, aber jetzt macht er irgendwie nichts, ne? Scheint es als ob er gerade auf K ist. So vielleicht... Nee, nee, der guckt die ganze Zeit schon irgendwas. Discord ist ja auf jeden Fall full mute. Aber wir müssen versuchen, da einzubrechen, Junge. Wenn wir den Hund von Max finden, dann... Ist Max da? Nee, Max ist nicht da. Energy ist weg. Oh, Energy ist weg. Okay, okay. Okay, bleibt hier kommen. Wir haben jetzt keine Möglichkeiten. Wir müssen jetzt einfach mal... Einfach mal versuchen, ob wir es schaffen. So, let's go. Bro, der wird uns den Westscher allerwertesten aufreißen, wenn wir jetzt einfach so da reingehen. Nein, 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 pass auf. Ich guck mal, ob Timmy hier Glasscheiben hat. Ich glaub nicht, dass Timmy Glas hat. Ach, komm. Ja, gut, dann versuch ich es jetzt einfach so. Wir können auch den Block da einfach abnehmen, der Glasscheibe. So, Blättchen, komm jetzt. Der ist... Der hat sich wieder bewegt. Nein, dann checkt das nicht, Junge. Ich geh jetzt da rein und guck, ob der Hund da ist. Doch, der bewegt sich. Ja, dann macht es. Aber der bewegt sich, ne? Ja, warte mal, ich kann ihn hier beobachten und gib dir Bescheid, wenn... Du gehst Bescheid... Gib dir Bescheid, ja. Okay, ich fang jetzt an, mich hier reinzubauen. Er läuft ins Haus, aber nicht... Aber in das andere Haus ist er jetzt. Okay, da geht auch kein Weg runter oder so, ne? Ich weiß es nicht. Ich war da noch nicht drin. Oh mein Gott, hier ist ein Big-Kistenlager. Bist du schon drin, oder wie? Nee, noch nicht. Ich glaub, der beobachtet mich auch. Okay, soll ich einfach mal reingehen? Ich würd sagen, ich versuch mein Glück. Sonst schaffen wir ja heute gar nichts mehr. Ich seh ihn gerade nicht mehr, ne? Aber es müsste noch in dem Haus sein. Oh, oh, ähm... Ich glaube, wir sollten manchmal nicht sehr weg. Warum ist er da? Ihr habt mich gerade gesehen. Oh, oh. Oh, oh. Okay, okay. Schau. Der hört dich nicht, ne? Wenn du in der Gruppe bist. Nein, der hört mich nicht. Wo ist der? Er stand direkt da und hab mich angeguckt. Okay, lass Gruppe liefen. Lass Gruppe liefen und hingehen. So, und jetzt komm auch mal mit. Lektik, du kannst nicht die ganze Zeit hier oben bleiben. Nee, nee, passt schon. Ich hab da keine Lust auf eine Auseinandersetzung mit der Weif. Eigentlich. Sag ich ehrlich. Dann gibt's keine Auseinandersetzung, Junge. Lass mal versuchen, uns unterirdisch einfach zu denen zu buddeln. Is safe. Hast du... Hast du einen Weg, den wir nehmen können? Ich hab keine Schaufel. Äh, ich hab nur eine Spitzhacke. Okay, let's go. Okay, wir buddeln uns einfach... Oh, guck mal, hier unten ist alles frei. Okay. Okay, okay. Wir müssen irgendwo in die Richtung hier. Meinst du, wir können durchschwimmen? Ich weiß nicht. Nee, lass das... Lass das ein bisschen freigraben. Wir gehen einfach straight hier durch. Boah, es hat die Miss Splatjack. Der hat's gelb, wenn wir hier was abholen. Ja, und? Aber der weiß ja nicht, wo wir sind. Ah, das stimmt auch. Wir brauchen eine Schaufel. Blackjack, chill. Wir brauchen keine Schaufel. Ich bau dir ein paar Gravelblöcke ab mit der Hand. Okay. Okay, pass auf. Wir machen kurz einen Cut, solange wir uns hier durchgraben. Und dann gucken wir mal. Okay, bis gleich, Freunde. Yo, Blackjack, was los? Guck mal da hier. Ab hier sind andere Blöcke. Das heißt, Blackjack, hier muss es sein. Oh mein Gott, warte mal ein bisschen freier hier. Und hast du gesehen? Herr Weif hat gerade gelöftet. Das heißt, es ist unsere Chance, jetzt noch hier reinzugucken, was hier so abgeht. Warte, 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 warte. No way. Hast du noch einen Block bekommen davon? Ja. Gib mir den, gib mir den. Hier. Ich hab's so gemacht. Mach's so. Nee, wir müssen doch da wieder rauskommen. Ja, aber... Aber wenn er jetzt online kommt, dann machst du es. Okay, lass schnell gucken, ob hier Mr. Berger irgendwo ist. Okay. Sehr, sehr viele Lampen. Genau, hier stand er. Guck, hier, hier, hier. Hier ist das Kistenlager. Okay, ist nichts Interessantes drin. Hier ist das, wo wir gerade eben standen. Genau, und hier stand, hier stand immer ein. Ach du Heilige, was bauen die hier? Oh mein Gott, da können wir einpacken gegen. No way. Hey, lolle, guck mal, hier ist komplett offen. Zu der Seite. Als ob, der hat mir die ganze Zeit reingekonnt. Boah, aber die müssen hier irgendwo noch Mr. Berger versteckt haben, blickig. Ja. Mr. Berger. Meinst du, wann kann ich runter? Nee, nee, da geht's nicht runter. Okay, hier ist das Haus. Okay. Ja, aber Mr. Berger ist hier auch nirgendwo. Okay, schnell komm mit, weil Lukas wird gleich wieder kommen, wenn Max, weil ich weiß, dass der heute hier Max ausspionieren will. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ja, wenn Max ausspioniert, no way. Okay, lass jetzt schnell wieder durch den Tunnel fliehen. Wo bist du? Komm. Aber wo haben die den Hund versteckt von Max? Das weiß ich nicht. Also hier ist er auf jeden Fall nicht. Das ist irgendwie seltsam. Okay, mach zu, mach zu. Den Tunnel können wir auf jeden Fall nutzen, wenn wir irgendwie mal daheim wollen. Wir müssen den nur gut verstecken, okay? Das ist richtig praktisch. Lass uns mal in Zukunft hier richtig viel Tunnel bauen, dass wir bei denen quasi alles angucken können. Safe. Wir müssen auf jeden Fall dieses Wasser hier ein bisschen loswerden. Oh mein Gott, Plätschick, Plätschick, Hilfe! Ich hab kein Schild ausgerüstet. Komm doch. Wo geht's denn hier raus? Hier, hier hoch. Oh, guck, er ist gerade wieder online gekommen. Boah, das war übelst knapp, Junge. Aber das ist voll gut, wenn die das hier... Dann können wir hier unten immer reingehen. Warte, lass mal, lass mal ein bisschen ausspionieren nochmal. Der ist jetzt wieder da. Safe, safe, safe. Vielleicht hören wir irgendwas. Ja, ja. Lass mal dieses Wasser hier wegmachen. Das nervt übelst. Das heißt, wie es ist, Plätschick. So, jetzt ist es weg. Sehr gut, Plätschick. Sehr gut, sehr gut. Sehr gute. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Also, IT, ich glaub ehrlich, ich glaub nicht, dass hier heute noch was passiert, dass er heute hier nochmal kommt. Safe nicht. Aber wir haben schon mal ihren Base hier gesehen. Da können wir auf jeden Fall mit Arbeiten, Plätschick. Und wenn wir mit Tunnel geraten, dann können wir hier easy rein. Wir können auf jeden Fall die ganze Insel mit Tunneln infiltrieren. Das wird auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil. Ja, aber jetzt komm rein, Junge. Nicht, dass ihr den Tunnel findet. Ja. Wenn der gleich hier kommt und uns hört, dann war's das. Reit, Vogel. Komm her. Mach's den Zug. Mach's den Zug. Ey, wer Fugger muss da weg. Okay, okay. Und jetzt schleun ich's raus hier. Egal. IT, ich würde mal sagen, das war trotzdem schon mal ein Erfolg, weil wir haben jetzt auf jeden Fall einen guten Tunnel, einen guten Weg, um die auszuspionieren. Hast du das jetzt zugebaut? Ja, ja, ja. Wir wissen ja, wo sie ist. Wir wissen, wo sie ist. Nein, warum? Äh, egal. Ah, es muss man. So, okay, let's go. Lass mal gucken, was hier noch so abgeht. Oder? Ja, ich glaub, heute hier geht, glaub ich, nix mehr ab. Die anderen prügeln die ganze Zeit denergy. Ja, ich sag dir auch, wie's denn, ich hab's auch verdient. Gut, dann sind wir uns später, Blackjack, ne? Okay, hau rein, IT. Hau rein, ich gehst der Gruppe raus. Tschüss. Okay, Freunde, ich glaub tatsächlich, jetzt gerade wird erstmal nichts Spannendes mehr passieren, aber es ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass wir uns jetzt im Weg gepahnt haben, um, ja, dort irgendwas, ähm, zu erreichen, dass wir, ja, uns Informationen von denen einholen können. Vielleicht ist es alles auch, ja, ganz harmlos, sag ich mal. Und, da wird überhaupt nichts passieren. Die sind ganz lieb, die sind ganz nett, das wird ein super Miteinander, kann ja auch sein. Die Ausnahme ist natürlich jetzt, dadurch, dass die Mr. Berger haben, aber, Freunde, es ist halt nun mal so. Egal, Freunde, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.